Hallo Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und Granatwerfer und so. Muss ich erstmal ausprobieren. Kann ich das denn hier jetzt? Oder nein, erstmal kann ich hier ganz viele Sachen einsammeln. Und sie duckt sich hier schon wieder. Wir gucken mal, vielleicht finde ich ja hier sogar noch was. Ich mache jetzt übrigens gerade eine neue Session. Ich habe die ganzen letzten Parts alle am Stück aufgenommen. Es ist echt schon wieder ein paar Tage her, als ich gespielt habe. Aber ich werde schon wieder reinkommen und weiß auch, dass es ja gerade sehr spannend wieder geworden ist. Ja, kann ich das jetzt hier einfach... Das wollte ich eigentlich nicht machen. Komm ich hier nicht durch die Tür oder wie ist das jetzt? Drücken sie RB, wenn sie das Gewehr ausgerüstet haben. Habe ich das Gewehr jetzt nicht ausgerüstet oder ist das... Ich wechsle die beiden auch immer gerne nach. Bin ich jetzt doof? Kämpfen sie sich den Weg aus dem Palast frei. Ja. 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 Ja, das ja wohl auch nicht. Oder doch? Oh. Ups. Okay. Na? Noch jemand hier in der Ecke eher so? Weiß ich gerade nicht. Wo sind denn die alle? Es funktioniert auf jeden Fall, habe ich festgestellt. Ne? Ich denke, das hat ganz gut funktioniert. Kann ich hier noch mehr Boom-Boom machen? Äh, ja. Okay, da kommen die Menschen. Okay, okay. Ist er jetzt auch tot? Hallo? Könnt ihr mal auch kein Alte sterben? Ich bin verletzt. Ich bin gar nicht so doll verletzt. Es geht noch. Äh, okay. Kann ich noch mehr? Das ist ziemlich gut. Macht Spaß. Na, kommt. Ja, kommt. Oh, oh. Ich kann das auch. Ich kann das auch. Ganz toll, was ihr könnt. Seit Neustur. Schade. Scheiße, ich muss hier weg. Deckung, 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 Deckung. Boah. Okay. Ich will da oben eigentlich die mal gerne. Aber die krieg ich nicht. Ich kann die mal aufhören zu schießen. Dann kann ich mich auch mal. Na, ist doch gut. Dann kommen die langsam runter. Das finde ich sogar noch besser. Na, hol die Glarra, sonst kommt gar nichts mehr. Ich mach grad gar nichts, weil... So. Jetzt ist die S-Wandung wieder hoch. Was ist denn los mit euch hier? Wie soll ich denn da weiterkommen? Die schießen ja ohne Ende. Komm mal auf jetzt. Jetzt aber, komm. Nimm ihn. Nee, das gibt's nicht. Ich krieg den einfach nicht, den Blödi. Dann mach ich das jetzt anders. Das ist eine Anion. Na, komm. Nein, 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 nein. Die kriegen mich hier. Ich weiß grad nicht, was ich am besten mache. Mit meinem Granatwerfer scheint ich mir nicht wirklich zu treffen. Bevor ich jetzt hier draufgehe und alles nochmal machen muss, will ich nicht. Ich will so eingeknappen, wie ich gerade es schaffe. Entweder ich schaff's oder ich schaff's. Habe ich ihn bekommen? Nein, immer noch. Unglaublich. Oh, nee, ne? Nein. Oh, jetzt hab ich doch nicht aufgepasst. Na gut. Eine neue Runde, ein neues Glück. Was soll's. Jetzt weiß ich wenigstens, wie das Ding fußen. Wann da noch lifen? Wie sie da erstmal rumschreien. Ich krieg euch alle. Ja, ich danke fürs Kompliment. Aber ich übe noch. Oh. Hat mich zwar selber auch ein bisschen jetzt umgehauen, aber hey. Er stand direkt vor mir. Oh. Oh, nee. Te mehr. Oh. Shit. Lauf, 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 lauf. Wieder hier in deine Dings. So, ich hab ihn gekippt. Diesmal. Glaube ich. Hey, wollte mich gearschen. Nein, die kriegen wir wieder an derselben Stelle wie gerade eben. Lauf mal. Lauf, lauf, lauf mal. Hier, schnell. Da sind doch noch mehr da hinten, oder? Krieg ich die da oben mal hin? Ganz blöd mit feinem Bogen? Wo sind die? Schön da unten bleiben. Nicht, dass du gleich drauf gehst. Nein! Oh Mann, oh, ich hatte ihn gerade. Oh, wie ärgerlich. Ich mein, mir ist das jetzt gerade echt scheißegal, ne? So, mir doch egal. Mach ich eben meine drei Versuche. Ich hab jetzt so oft gesagt, dass ich übel und scheiß drauf bin. Da oben müssten noch mehr sein. Ich glaub, das war ganz gut eigentlich bisher. Einfach mal daraus losrennen. Kommen wir jetzt noch mehr? Kommen wir jetzt noch mehr? Pathan. Kommen wir jetzt noch mehr? Kann ich N. Kommen wir jetzt, Hey, komm, komm, komm. Brenne. Brenne, du. Ab. Na komm. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Ich glaub, ich hab sie jetzt. Ich hab meine drei Anläufe gebraucht, aber... Mir ist mal aufgefallen, dass ich, glaube ich, zu lange auch manchmal hadere. Also ich bin ja, wie gesagt, schon Trusen erwähnt, nicht so Shooter erfahren, aber ich glaube, es ist manchmal tatsächlich so, wie nach dem Sprichwort Angriff, das ist die beste Verteidigung. Manchmal warte ich einfach zu lang, glaube ich. Manchmal muss ich auch einfach mal raus und einfach drauf loslaufen und vielleicht ist das so die beste Devise manchmal. Und ich warte immer und warte auf den richtigen Moment und dann zwei, drei Schüsse zu tippen in den anderen und das war's dann. Äh, ja, gut. Ich geh mal zum Lager hier. Normalerweise wär's echt schön hier mit den Kirschbäumen, aber stattdessen ist jetzt hier alles am Brennen. Ist doch ein Lager. Geh doch mal hin. Sagst du was? Nö. So, ich kann jetzt hier loslegen. Mit Ausrüstung legen wir mal damit los. Gut, dann machen wir das. Brandmunition. Finde ich gut. Wir haben das Ganze ein bisschen gepimpt jetzt. Noch was, was ich machen kann? Ja, kann ich. Will ich das? Ich weiß nicht. Äh, das Gewehr könnte ich auch noch machen. Die nicht. Das auch natürlich nicht. Wir könnten uns mal wieder umziehen. Äh, könnte ich tun. Wollen wir das an dieser Stelle machen? Ich weiß nicht. Nehmen wir mal das Guerilla-Outfit. Das hatten wir noch nicht. Die Dschungelkämpferin kommt jetzt raus. Aus dem Dschungel, in den Dschungel mit Lara. Und, katsch, das wollte ich gar nicht. Gut, dann pimpen wir da, wo wir können. Ja. Das hat schon lange nicht mehr gepiegt. Laufmantel haben wir besser gemacht. Beim Gewehr ist doch gut. Schön, schön, schön. Gibt aber eigentlich noch mehr. Was hatte ich jetzt hier noch? War das nur das Gewehr? Boah, ich würde meinen Bogen ja auch gerne mal verbessern. Hier, das wollte ich auch noch machen. Mensch, können wir viel jetzt tun. Toll. Gepolsterter Griff haben wir auch besser gemacht. Yay. Super. Da haben wir ja einiges geschafft. Und hier, Fähigkeitspunkt verteilen wir auch. Auf Überleben. Jäger oder Kämpfer. Wir müssen im Moment so viel kämpfen. Ausweichkill. Weichen sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Ja, wobei, ähm, also das brauchen wir alles auf jeden Fall. Aber ich mache mal Feile wiederfinden, weil mich das immer voll geärgert hat, dass ich die bis jetzt noch nicht nehmen konnte. So. Auch wenn das jetzt nicht super wichtig ist, aber egal, oder? Können wir denn noch mehr machen? Ne, ich habe keine mehr. Schade. Oh, Leo. Ich habe jetzt hier auch alles eingesammelt, oder? Also nicht, dass ich jetzt hier was übersehen habe. Ich habe gar keinen Bock, hier nochmal zurückzukommen. Dann klettere ich mal. Ach, na, wir haben ja unser neues Outfit ein. Cool. Aber ich finde, das passt ganz gut gerade irgendwie in die Setting. können wir das Ding auch wieder kaputt machen? Kann man das nicht? Ich dachte eigentlich, man kann. Hä, haben wir die nicht sonst auch kaputt gemacht? Nicht doof? Ich meine, ich hatte die immer... Vielleicht ist das Ding auch schon kaputt. Ich glaube schon. Okay. Oh, oh. Ich glaube, das wird eng hier. Und gefährlich. Okay, wir brauchen nichts mehr. Das kann ich nämlich mal an kaputt machen. Geh mal weg hier aus dem Feuer, Mädel. Ich habe ein bisschen Angst hier. Oh, Gott. Das sieht schon wieder nach so einer... Oh, oh. Sag ich doch. Geht halt eben 10 aus. Ach, Sam. Wir müssen Sam helfen. Wir müssen Sam helfen. Wir müssen Sam helfen. Okay, gut, nee. Ja, ich wusste schon, ich soll hier lang. Aber... Aber... Wo sind die alle? Ja. Ja. Nein, 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 doch, 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 doch. Nein, nein, doch, doch, doch. Ihr wolltet es so und kriegt ihr das so. Jetzt stirbt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, das ist eine ganz blöde Stelle, weil ich überhaupt nicht weiß, wenn ich heute alles lehne. Noch mehr? Nein, 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 nein. Oh. Granate wäre jetzt in dem Moment doch wieder besser gewesen. Hin und her laufen. Ich war voll in die Enge getrieben. Das Ganze nochmal und nochmal und nochmal. Ist halt so. Werdet ihr mit leben müssen? Oh Gott. Du bist natürlich nicht draufgegangen. Es war so klar. Da hilft nur das Schießen wieder üben hier. Okay. Hey. Oh. Oh. Hey. Komm raus, da. Und du da auch. Leck mich. Oh, Lara, halte es jetzt einfach mal aus. Echt. Du Weichei, echt. Wegen dir muss ich immer hier aus meiner Rüste Dings bauen. Ja, komm. Treibt sie da raus. Nee, 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 nee. Du bist immer noch nicht tot da oben, ne? Jetzt heil dich. Nein. Nein. Du bist zum Kopf. Wie soll ich das denn schaffen? Oh, endlich. Ja, ich mach das hier so lange, bis ich euch auch alle hab. Nicht nur ihr mich. Solange ich nicht draufgehe, sollte mir recht sein. Wo ist der Arsch? Endlich. Ha, er hat sich selbst in die Luft gesprengt. Oh, Trottel. Wo kommen die anderen jetzt her? Ich seh die. Ach da. Okay. Okay. агgp. Oh, ich mach das Handy. Ach das. Okay. Hey. 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 Wer noch? Da oben. Nein, nein, nein. Ich will nicht sterben. Nein, 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 nein. Nein, nein. Scheiße. Oh Mann, es tut mir so leid. Oh, jetzt fängt es an, mir wirklich leid zu tun, weil ich, ich finde, ich habe es jetzt zuletzt ganz gut gemacht. Es waren nur die letzten Fehler bei mir am Ende. Oh, das pisst mich an. Jetzt werde ich echt sauer langsam. Die sind so gut, die sind so schnell und es sind so viele und ich bin immer so... Was ist, derценer versucht, aber sonst gut. Oh, das ist ein riester Zeuge einer. Ja, hier ist vielzüglich. Åh, nein, nein, nein. Oh, das ist umgeht. Oh, ja, wir sind hier. Und jetzt, ich binuso. Oh, ja, wir sind hier. Oh, ja, wir sind hier. Oh, ja, wir sind hier. Oh, ja. Oh, ja, wir sind hier. Komm her, jetzt. Einer nach dem anderen. Shit. So wie gerade eben, bis ich sie wieder schaue. Das gibt's nicht, oder? Jetzt hatte ich ihn gerade so gut. Ich weiß nicht, wie lange ich das hier noch machen soll, echt. Ach, Leute. Ähm... Ich hab nix. Ich hab nix. Und ich sag schon nix mehr hier. Und jetzt kommen die da hinten. Und die... Neben denen schaff ich das immer nicht. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Schaff ihn hier einfach. Ich sterbe wieder. Ach, scheiße, ich sterbe wieder. Oh, ich... Kack ab hier. Ich kack ab. Leute, ich... Wir sehen uns im nächsten Part. Und ich versuch's dann einfach nochmal. Und... Ich glaub, das ist das erste Mal, dass ich so wirklich ein paar Versuche brauche. Und... Irgendwas mach ich falsch. Und mir geht auch voll die Muni immer aus, merklich. Ich kann einfach nicht mehr schießen. Dann hab ich grad jemanden im Visio und die Muni ist weg. Ich muss einfach, glaub ich, mehr aus der Reserve kommen. Bisschen vorrücken. Und wirklich, wenn die vor meiner Nase stehen, ballern, ballern, ballern. Irgendwie fällt mir nichts anderes ein. Vielleicht muss ich auch noch mehr mit dem Granatwerfer sogar arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich versuch's einfach im nächsten Part nochmal. Wünscht mir Glück. Bis dann.